Wie schneidet man den Schnitt ein? Jetzt geht es darum, wie schneidet man eigentlich. Man teilt den Schnitt so ein bisschen ein. Man fängt an mit einem Rohschnitt und wird dann immer feiner. Am Ende ist dann der fertige Film, aber man muss erst mal anfangen, alles Material in dem Schnittprogramm in die Timeline unten rein zu bekommen, um da dann eben auch schneiden zu können. Und der Trick ist nicht alles, was ihr gedreht habt und importiert habt in das Programm, gleich am Anfang unten rein zu legen und dann wieder die Hälfte wahrscheinlich rauszuschmeißen, sondern nur eine Auswahl, die ihr trefft, unten in die Timeline zu legen. Das könnt ihr vergleichen wie bei einem Fotoalbum. Ihr druckt ja auch nicht tausend Bilder aus, klebt die alle rein und reißt dann 800 Seiten wieder raus, bis das Album fertig ist, sondern ihr trefft ja auch eine Auswahl und arbeitet dann mit der. Und genau das Gleiche machen wir auch im Schnittprogramm. Die Technik dafür nennt sich Drei-Punkte-Schnitt. Ich möchte hier jetzt zusammenschneiden, wie eine Filmrolle in einen Filmprojektor eingelegt und der Film dann auch eingefädelt wird. Das habe ich hier gedreht, alles in einem Rutsch vom Anfang der Filmrolle bis zum laufenden Projektor. Und was ich jetzt eben nicht mache, ist da einfach alles nehmen und sie unten reinlegen. Das sind dann nämlich über fünf Minuten, das ist mir ein bisschen zu lang. Ich treffe eine Auswahl durch den Drei-Punkte-Schnitt. Und zwar setze ich jetzt hier meinen Vorschaumonitor ein bisschen auf die Seite, damit ich da besser arbeiten kann. Das mache ich mir auch ein bisschen größer. Und suche mir jetzt die Stellen, die ich verwenden möchte. Den Anfang hier habe ich zweimal gedreht, das weiß ich. Hier geht es wahrscheinlich los, deswegen markiere ich jetzt die Stelle in dem Ausgangsmaterial, in dem ich einen In-Punkt setze. Kann ich hier drauf drücken oder auf der Tastatur auf I. Lasse ich es ein bisschen laufen, bis die Rolle drauf sitzt und Sicherheitsklammer. Da bewegt sich aber schon die Kamera, das war ein bisschen zu weit, fahre ich wieder zurück. Das hier soll das Ende meiner Auswahl sein, deswegen setze ich hier einen Out-Punkt. Entweder hier drauf drücken oder auf der Tastatur O. I und O für In- und Out-Punkt setzen funktionieren in allen Schnittprogrammen gleich. Gleiche Kürzel I und O auf der Tastatur. Jetzt nehme ich das und ziehe es mir hier unten auf meine Videospur 1 und das Audio auch auf Audio 1. Und habe jetzt hier genau diese Auswahl, die ich getroffen habe, in meiner Sequenz liegen. Hier hört es auf, denn da kommt dann nichts mehr, da ist schwarz. Und so mache ich jetzt weiter. Schaue ich, welches Bild will ich als nächstes haben. Hier, wie der Film so runtergezogen wird. Also wieder In-Punkt setzen. Das ist der erste Punkt des 3-Punkte-Schnittes. Also wieder weiter laufen. Bis hier vielleicht. Out-Punkt setzen. Punkt 2 des 3-Punkte-Schnittes. Und bestimmen, wo in der Sequenz diese Auswahl hin soll. Nämlich in dem Fall einfach ans Ende. Das ist der Punkt 3 des 3-Punkte-Schnittes. Ziehe ich es mir auch da unten hin. So, und dann habe ich schon einen kleinen Schnitt fabriziert. Und das kann ich jetzt weiter betreiben. Schaue ich mir eben an, was möchte ich als nächstes. Hier wird der Film so eingefädelt. Setze ich wieder I. Lasse nach vorne laufen. Das geht als Kürzel auch mit L. Drücke ich zweimal L, läuft schneller nach vorne. Gleiches mit J für rückwärts. Mehrfach drücken, läuft schneller. Und K ist Pause. Das ist auch bei allen Schnittprogrammen das gleiche. Setze ich wieder ein Out-Punkt durch O. Und statt mit der Maus das hier nach unten zu ziehen, nehme ich auch einen Shortcut. In dem Fall Komma. Und dann liegt es hier unten in der Sequenz hintereinander. Schon grob geschnitten. Und so gehe ich mein ganzes Material durch. Von vorne bis nach hinten. Wenn ich da einzelne Videoclips hier auch hätte, würde ich das auch mit jedem einzelnen so machen. Bis ich alles Material, das in Frage kommt, unten in der Sequenz habe. Ich habe jetzt hier alles mal ausgewählt. In Sachen Film einlegen, was ich denke gebrauchen zu können. Und am Ende wird der Projekt ja auch gestartet. Die Klappe geht auf und der Film wird projiziert. Ich kann diese Clips jetzt auch ganz normal verschieben. Neu anordnen, wie ich das gerne hätte. Was ich noch gerne möchte, ist ein O-Ton. Der müsste hier irgendwo aufgenommen sein. Am Anfang geht es wahrscheinlich los. Lass sie ein bisschen schneller vorlaufen mit L. Zweimal drücken. Da geht es los. In Punkt setzen. Hör ich es mir mal an. Die Rollen mussten überblendet werden. Outpunkt setzen. Und jetzt kann ich es entweder hier ans Ende einsetzen oder ich hätte ihn aber lieber vielleicht hier nach dem Rad vor dem Ding, was man umklappt. Mit dem Pfeiltasten links und rechts kann man auch bildgenau ein Frame vor oder zurück gehen. Hier möchte ich es rein haben. Und jetzt drücke ich wieder auf Komma. Komma heißt bei Premiere Elements Clip einfügen. Das heißt an dieser Stelle wird jetzt die Auswahl hier unten eingesetzt. Das ist der dritte Punkt des Drei-Punkte-Schnitts. Und alles, was rechts davon ist, wird nach rechts weiter geschoben. Also nichts wird überschrieben, sondern eingefügt. Jetzt habe ich meinen O-Ton zwischen diesen Clips eingefügt. Hätte ich auf Punkt gedrückt, wäre alles überschrieben worden. Das will ich natürlich nicht, sondern Komma in dem Fall und es wird nur eingefügt. Funktioniert auch bei jedem Programm entsprechend ein bisschen anders, aber die Denkweise ist die gleiche. Das eigentliche Schneiden ist dann auch nur ein Durchtrennen eines Clips. Ich kann jetzt zum Beispiel, gehen wir mal hier vorne wieder hin, hier den Anfang noch ein bisschen knapper schneiden, indem ich hier erst reingehe, wenn die Hand kommt, kann ich einfach diesen Clip durchteilen. Jetzt habe ich zwei und den ersten wegschmeißen. Dadurch fängt mein Clip später an. Alternativ kann ich auch hier den Anfang verkürzen. Fängt mein Clip auch später an. Denn so ein Clip ist ja nur ein Ausschnitt aus der eigentlichen längeren Videodatei. Und den kann ich jederzeit verlängern oder verkürzen, indem ich das Ende oder den Anfang aufziehe. Jetzt hier zum Beispiel könnte ich nach rechts den Clip verlängern. Jetzt läuft er natürlich einfach weiter. Da habe ich einen größeren Ausschnitt gewählt. Ich könnte ihn auch verkürzen, indem ich hier das Ende zusammenziehe. Deswegen wichtig zu merken, diese Clips sind nur eine Auswahl aus dem Quellmaterial und können auch noch hier in der Sequenz verlängert oder verkürzt werden. Deswegen ist dieses In-Punkt und Out-Punkt setzen hier oben wirklich nur eine sehr grobe Angelegenheit. Der wirkliche Feinschnitt passiert dann später hier unten. Also schaue ich mir das nochmal an. Hier geht die Filmrolle. Jetzt will ich vielleicht diese Sicherheitsklammer gar nicht haben, diese Bewegung dahin auch nicht. Deswegen schneide ich jetzt hier an der Stelle schon durch und lösche das jetzt raus. Mit dem normalen Löschen würde hier eine Lücke entstehen. Die kann ich dann auch wieder schließen mit dem Befehl Löschen und Lücke schließen. Gibt es auch so ziemlich in jedem Schnittprogramm. Manche Schnittprogramme, wie das Premiere Elements hier, machen das aber auch automatisch. Mit dem normalen Löschbefehl wird die Lücke auch automatisch mit zusammengezogen, wie hier zum Beispiel. In anderen Programmen gibt es richtige Schneidewerkzeuge, wie zum Beispiel hier im Final Cut Pro X diese Rasierklinge. Hiermit kann ich auch mir die Bilder so zurechtschneiden, wie ich es gerne hätte, indem ich da einfach mit der Rasierklinge reinklicke und dann vorne oder hinten oder in der Mitte das Element rauslösche. Standardmäßig ist das Bild immer mit dem Ton auch verknüpft. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen Clip bewege, verschiebt sich immer Bild und Ton synchron zueinander, was auch sehr gut ist. Ich kann diese Verknüpfung aber auch aufheben, Verbindung zwischen Audio und Video aufheben. Und jetzt kann ich das Bild zum Beispiel einzeln verschieben, auch in andere Spuren legen, den Ton auch. Allerdings laufen die dann natürlich wieder asynchron, was wir erstmal nicht wollen. Deswegen sollten die schön beieinander sein. Was man damit aber schön machen kann, ist ein J- oder ein K-Schnitt. Das heißt, ich schiebe jetzt hier mal die beiden Sachen in eine andere Audio- und Videospur. Klappt die mir auch, damit ich es besser sehen kann. Ich kann jetzt hier dadurch, dass ich die Verbindung getrennt habe zwischen Bild und Ton, das Bild auch erst später anfangen lassen, während der Ton schon läuft. Wenn ich das jetzt hier auch noch drüber schiebe, sehe ich das Bild von hier unten, höre diesen Ton aber auch schon und dann schneidet erst das Bild um, was den ganzen Schnitt etwas angenehmer macht. Können wir uns mal anschauen. Der gute alte Filmprojektor, ebenfalls aus den 50er Jahren, tut heute noch seinen Dienst, so wie eine gute alte singende Nähmaschine. Man muss sich das so vorstellen, früher gab es zwei Projektoren, denn alle Viertelstunde... Jetzt habe ich die Person erst sprechen gehört, ihn dann später erst gesehen. Wenn ich den Umschnitt etwas früher haben möchte, kann ich natürlich einfach hier die Videospur wieder aufziehen. Vielleicht hier mit dem Blick auch noch. Und dann wird früher umgeschnitten. Und jetzt nehme ich noch diese Sachen hierher, schiebe die da dran. Kann das auch noch ein bisschen drunter mogeln, damit das auch noch ein bisschen flüssiger kommt. Lass den Ton hier ein bisschen weiter laufen. Denn alle Viertelstunde mussten auch noch die Rollen überblendet werden. So, habe ich das eigentlich schön erzählt. Film wird eingelegt. Dann kommt ein Ohrton. Der gute alte Filmprojektor ist sonst so wie eine gute alte singende Nähmaschine. Man muss sich das so vorstellen, da mussten auch noch die Rollen überblendet werden. Und dann wird die Klappe zugemacht. Das kann ich jetzt auch noch ein bisschen schneller schneiden. Klappe geht zu. Schnitt. Das fliegt raus. Das brauche ich vielleicht ein bisschen früher. Mache ich hier einfach ein bisschen eine Verlängerung nach vorne. Oder ich lasse es ganz raus, weil ich habe ja hier eine Totale von der ganzen Sache auch nochmal gedreht. Schmeiße ich raus. Nochmal den Übergang checken. Das sieht auch ganz nett aus. Und am Ende soll natürlich noch der Vorhang aufgehen. Also klicke ich den hier in meine Vorschau. Da wird es dunkel. Wahrscheinlich ab hier. Und da geht der Filmvorhang auf. Das dauert jetzt ein bisschen zu lang. Schneide ich hier wieder durch. Und dann geht der Vorhang auf. Wenn euch ein Ton zu laut ist, dann könnt ihr den auch relativ schnell leise stellen. Oder auch zu leise Töne lauter regeln. Hier mit dieser gelben Linie. Die verändert die Lautstärke. Wenn ich das jetzt hier mal laufen lasse. Kann ich es ein bisschen lauter machen. Oder eben leiser, wenn ich es runter ziehe. Das ist die gelbe Linie. Ihr müsst in Premiere Elements die Spuren allerdings aufklappen. Sonst ist diese Linie nicht zu sehen. Bei den Bildern gibt es diese gelbe Linie auch. Aber Vorsicht. Ab und zu kommt man hier mal aus Versehen dran. Das ist die Deckkraft. Wenn die ganz unten sein sollte, sehe ich natürlich nichts. Deswegen immer darauf achten, dass die wirklich oben auf Anschlag ist. Ansonsten war es das hier für den ersten Überblick. In weiteren Schritten wird der ganze Film dann natürlich fein geschliffen. Die ganzen Übergänge hier kann man noch ein bisschen schöner machen. Die Tonmischung muss am Ende passen und so weiter und so fort. Darüber sprechen wir später. Das waren jetzt erstmal die Basics. Drei-Punkte-Schritt. L und J-Cut. Das hier heißt J-Cut, wenn der Ton zuerst anfängt und dann das Bild, weil es aussieht wie ein J. und das hier wie ein L, wenn der Ton etwas weiter läuft als das Bild. Was jetzt noch fehlt, ist diesen Filmschnitt rauszuexportieren in eine eigenständige Videodatei.